Hey ihr Lieben, Flüster, Freunde, ich hoffe euch geht's gut. Heute habe ich eins, zwei, drei ganz entspannte und spezielle Trigger mitgebracht. Und ich hoffe, dass diese ganz, ganz viele Tingles, 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 Tingles auslösen werden. Ich zeige euch die drei. Einfach mal Nummer 1. Der pinke Pinsel gehört ja schon ein bisschen so zum Standard Equipment. Und damit kann man natürlich über das Gesicht und über das Mikrofon ruhen gehen. Nummer 1. Nummer 2 ist dieses richtig coole Herz. Oder Erdbeere. Wahrscheinlich eher eine Erdbeere. Die ist so schön. Das ist Nummer 2. Und das dritte oder dritten und letzten Trigger habe ich hier diesen Lip Balm. Und der riecht so so lecker nach Erdbeeren. Den kann ich dir dann entspannt auftragen. Oder euch. Wie man es nimmt. Gut. Aber starten wir mit dem Pinsel 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 und meistens noch eine Verkaufsgebung. Und das dritte oder andere Trigger hinzu kommen auf den Tipp. Und das habe ich schon noch mehr gelesen. Es ist eine gute Überschrechte Fugu. Jetzt komme ich einer anderen Seite ab. Brush. Brush. Fluffy brush. 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 Ich hoffe so sehr, dass es angenehm ist. Oder sich angenehm in den Ohren anfühlt. Und auch angenehm ist. Ich weiß ja nicht, wie das Wetter so bei euch ist. Aber hier stürmt es momentan extrem. Und es regnet weh. Und es ist wieder kalt. Eisig, eisig kalt. Und ich hoffe, dass ich das bald legen werde, wenn es wieder besseres Wetter kommt. Denn es ist definitiv schon an der Zeit, dass es Wetter besser wird. Und dass die Temperaturen steigen. Dass man gerne unter lange und viel Zeit in der freien Natur verbringt. Und einfach die Zeit genießt. 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 Machen wir weiter. Ja. Ich glaube schon, dass es einfach eine süße Erdbeere ist. Mit ganz vielen verschiedenen Facetten. Aufhängen. Kann man es aufhängen. Kann man es aufhängen. Und mit kleinen Ring Geräusche machen. Oder einfach darüber streichen. Zählen wir mal ab, wie viele Punkte sich darauf befinden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und zwei Punkte. Ich habe auch letztens so ein ASMR Video gesehen. Ich habe auch letztens so ein ASMR Video gesehen. Und eine Dame, eine junge Frau, so eine Erdbeere entgegen, nennt man das so, keine Ahnung, hat. Und, ach Gott, das war so, so entspannend. Und sie hat das mit einer kleinen Pinzette gemacht. Und, ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich das auch mal. Hättet ihr da Lust drauf? Das war echt mega, mega entspannend. Und, ja, an der Rückseite hier ist noch rosa. Kann man mir später nochmal. Ja. Dazu, denn, ich glaube, deine Lippen benötigen auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Und, darf ich diesen perfekt farblich passenden Lippen? Und, ja, da ist rosa. Das gefällt mir. Und deswegen habe ich ihn gekauft. Aber er schmeckt auch ein bisschen nach Erdbeere. Und das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen. Machen wir ihn wieder auf. Das geht immer ein bisschen schwerer. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht warum. So sieht das dann aus. Und dann machen wir ihn wieder ein bisschen hinein. Ja, so richtig, richtig duftend nach leckeren Erdbeeren. Und das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Du auch. Ja, sehr gut. Einfach ein bisschen sanft auftragen. Ich zeige dich. Und so schnell. Wir haben alle. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben alle Zeit der Welt. Spitz. Ich werde mir auch ein bisschen auftragen. Und dann ein bisschen auf die Zähne kommen. Komm nach. ... sehr, sehr cremig. Van der Konsistenz her. Aber ja, lecker. Schmeckt gut! ja, klemmt sie mal ein bisschen Ich glaube den gab es auch noch in Vanilla, Melona und Kirsche war leider ausverkauft, sonst hätte ich den genommen, aber er war es auch länger. Ist ja in Ordnung so. Gehen wir noch ein bisschen zu unserem Penzel. Wir wollen dann noch ein bisschen dein Gesicht vorm Schlafen gehen, damit du auch völlig entspannt und ruhig einschlafen kannst. Verzieht sich das angenehm an? Ja, das ist schön. Das freut mich, wenn dir diese kleine Geste so viel bedeutet und dir hilft, den Tag hinter dir zu lassen. Und, ja, einfach genießen kannst, denn das ist nicht selbstverständlich. Okay. Lighten es. UNG UNG Sinds mag entsein schon Sam. Ag revenue. Ich werde, ich sage dir nicht nur, aber es Olivier, das ist ein erstes Wunderbar. Also ist das ein Thema, wenn ich mir noch so early bin, cough. Also kann ich dich mir geschaffen, nicht mehr sch Excalifzen. so Und nochmal zum krönenden Abschluss, unsere kleine Erdbeere. Und nochmal zum krönenden Abschluss, unsere kleine Erdbeere. Am liebsten würde ich ja davon runterbeißen, aber ich glaube, das wäre keine gute Idee. Ich hoffe auch, dass mein Brüchlein nicht zu laut war. Und beim Schlafen aber halt, das wäre nicht gut. Nein, nein, nicht gut. Und ich weiß auch nicht, ob meine Finger noch rot sind, aber wir haben heute Eier gefärbt. Und das ist das, was ich brauche. Und das ist das, was ich brauche. Ja. Ja. Ich werde jetzt sagen, dass ich hoffe, dass die Küker entspannend waren. Und das ihr gut einschlafen könnt oder konntet. Das wäre natürlich der Idealfall. Ja. 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 Ich hoffe, wir werden uns dann zum nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute.